Die deutsche Wirtschaft, sie verliert weiter an Wettbewerbsfähigkeit. Das zeigt ein neues Ranking. Inmach rutschte Deutschland seit 2014 vom 6. auf den 24. Platz international ab. Die Welt wächst, Deutschland schrumpft. Deutschlands Wirtschaft kränkelt. In von der Politik angebehaltenen Zeitplan wird die Umsetzung dieser vollständigen Dekarbonisierung bis zu dem Zieltermin 2045 täglich unrealistisch. Die Täter der Wirtschaft sehen jetzt die Regierung in der Pflicht. Wir brauchen klare Strukturveränderungen. Der US-Konzern Inter legt den Bau seiner Chipfabrik in Magdeburg auf Eis. Deutschland schrumpft. Deutschlands Wirtschaft kränkelt. Verlagerung ins Ausland. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist unter Druck. Die Zeit vollziehe sich eine schleichende Deindustrialisierung. Wir jetzt das Ruder rumreißen, ganz anders mit dem Thema Industriepolitik umgehen als bisher. Das Klein-Klein hilft uns nicht weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017